ja deshalb da was zu meckern ihr affen sei froh dass ihr ausseiten und dankbares pack schauen wir uns das erst mal hier um vielleicht finden wir da ist noch einer was mit dir caesar ist auch nicht mit uns nein auch gut dass hier oben reinkommen wir brauchen noch nicht draußen stehen bleiben aber wenn die leute nicht mögen was weiß vielleicht kann man mit ihm quatschen das kaputte geländer über dem geheimen brunnenang repariert habe ist es mir ins wasser gefallen ich habe noch nicht wieder rausgeholt das ist mir ins wasser gefallen mann 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 Leute gibt es gibt es nicht gut geworfen da kommen wir nicht lang oder so können wir nicht herlaufen umsehen wo ist der Brunnen die ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt wo soll hier im Brunnen sein wo das X ist Archiv oder das Ausrufezeichen wahrscheinlich muss ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück zweite Stock oder was ok ähm will es jetzt was liegen nein nur autorisiert das Personal ok 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 hmmm ja mal nach oben weiß doch nicht warum brunnen sich boah erschreckt mich nicht so Valentin Valentin Tchukowski ah ne das war hier aus James Bond Entschuldigung hallo Max hallo Max was zeichnest du da feines ne Katze Haus Baum ne Sonne sieht doch gut aus ne Wiese so warte mal gucken jetzt mal wo sind wir denn jetzt überhaupt das Archiv äh gute Frage wo komme ich denn da in den äh Karoline ich weiß ich der jute Max soll man den immer ärgern der hat ja Bullen Kräfte der Kerl die braucht wohl ganz dringend mal ne Kanne Wasser ey wie lange sind wir wohl hier noch sicher ey hier ist das Schreien das wie auch immer ne und Film da haben alle wohl ihr Zimmer wieder gefunden hier Hübsch aus ey tut sie ja ne so hast du mal das Schweißgerät für mich ey Norbert wo ey ne hab keinen Bock auf lesen jetzt können wir uns mal schweißen Reinhold schlafgold Esteban das ist Esteban Ocon der Rennfahrer so ja ok schicke alte Uhr äh wie spielt haben wir es denn da laut der Uhrzeit sieht das aus wie 5 bzw 7 vor halb 8 gut vielleicht eher halb 7 so 7 ja wo war das jo jo so äh das war wieder hier oben aber ey wo äh Moment dann Brunnen vielleicht haben wir ja oben ne warte mal auch das wieder ganz ich bin da ich ne ich muss wieder komplett nach unten ich muss wieder komplett nach unten ich bin hier um ich total falsch jo ich geh mal runter da äh 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 so so also ihr muss ja irgendwo wo soll denn hier der Scheißbrunnen sein doch mal so warte mal ich guck jetzt erstmal hier okay aha also äh die heute immer noch die wand hat riss aber scheiße wir können ja nicht irgendwie treten oder sonst irgendwas machen kaka okay ähm ja ja dein ring also nicht dafür zuständig wäre dein ollen ring zu finden ey okay 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 gesundheit danke sehr ja oh ja das hätte ich auch ganz gerne an der wand ey auch das ist geil mal gucken von der kann ich mir das ausdrucken hehehe geil das sieht geil aus und richtig oh hier können wir rein das ist ja ja genau als wenn wir da durchpassen würden ey okay er will er will mädelmann ja ja wenn ihr noch mal an sagt er hat er muss äh zement rumfliegen hier super beton das ist wie die komische umrein okay jetzt geht's hier lang das heißt wenn das immer blau oh ich bin eine Insel ich bin in der Wand von von Max sein Zimmer ist okay mir kommt doch nicht durch ach geh komm ich nicht raus hier so Moment dann mal in der Hocke gehen siehste da ist Max hier sind wir hier ja was mache ich aber jetzt hier ja kann das dann irgendwie einen Sinn dass ich da reingekrubbelt bin ey irgendwas müssen wir doch aber ich dachte das sah jetzt aus wie ein Ring wer versteckt sich denn schon hier und äh äh ja merkwürdig was ich will hier aber jetzt nichts zu tun geil hölalala da ist das blaue aber wir kommen nicht dahin also ich will jetzt hier oben drinnen und kann dann hinten eigentlich nur wieder rausklettern kann ja auch nichts irgendwie betätigen oder sowas Mist kann auch nichts machen hier muss ich wohl hier lang ach Mensch alles für ein Arsch hier voll für ein Arzt Abschnitt 10 Naja gut okay dann gehen wir rein hat zwar will hat wenig gebracht dahinter irgendwie guck mal was er doch so alles gesammelt hat der lieber Max guck mal was er doch so alles gesammelt hat der lieber Max soll ich den Ring suchen ey ist ja mal interessant ey muss auf jeden Fall wieder nach unten wo ist denn jetzt hier dass das blaue äh oder dein ernst ich bin jetzt war da komme ich ja nicht weiter das Bild ist zwar abgehängt aber wofür ja Klospülung das bringt mir auch recht viel jetzt helfen sie alle Teile zu entschuldige ich meine ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen aber ich muss durch die Tür oh bitte ich möchte lieber nicht daran denken woran ich jetzt denke so schlimm hm wer gesehen hat was ich gesehen habe der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben aber warum habe ich keinen oder habe ich einen und habe es nicht mitbekommen wir verändern uns alle oder wo wir herkommen das steht wir beide müssen den Gefahren trotzen müssen es bis auf die andere Seite schaffen und das Regime stürzen und das Regime stürzen wir werden gemeinsam einen trinken wenn es soweit ist da lass dich doch wer hätte er gedacht dass wir durch die Tür müssen jetzt habe ich die äh 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 wie heißt sie jetzt die Carolina äh 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 ach gottchen jetzt müssen wir auch noch eine Wasserratte spielen oder was ach gottchen jetzt müssen wir auch noch eine Wasserratte spielen oder was ich sehe schon wohin das führt ach da ist was drin ne warte mal wie war es umschalten äh ach so mit c auch funktioniert auch von hinten aus super ok dann müssen wir jetzt runter da aber es kann gut tauchen da ist zu wir können ja trotzdem mal gucken vielleicht kriegen wir da um luft hey was und dann bin ich mir ins Bett möchte ich von dem wegen des herrnens nebenan eine Weile nicht einschlafen und nächsten morgen machen sie weg die ganze Familie einfach so was haben sie getan keine ahnung hm ich wüsste nicht was wir dürfen nicht auffallen nur eine verdorbene Frucht und der ganze Korb ist hierüber ok ich glaube wir kamen von da ok hier geht es nicht weiter ah ja das ist aber unter Wassersteuerung ist nicht ganz äh dein ernst ich komme ja auch nicht hoch ok voll von arsch ich weiß wo ich hochklettern auch nicht jetzt schlicht es aber 13 ok komm ich auch nicht hoch na na wer denkt sich denn hier so was auf wie komme ich denn jetzt wieder hier raus das ist doch mal ah Leute hm wie lange kann es da auch tauchen Lesko mir wird auch nichts angezeigt aber hier irgendwas ok versuchen wir das hier einfach mal nehmen wir doch einfach mal diese Leiter hier so so vielleicht kann ich rein springen ja was ja äh 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 ja 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 und wie geht es jetzt weiter und wie geht es jetzt weiter ist jetzt was ich bin nicht ich bin nicht ich bin noch ich bin es ist um alles klar wir müssen auch was runterschießt ja komm let's go schwimm mal das ist was wir machen müssen moment